So, nachdem wir den ersten Riss, was sagt man eigentlich dazu, geschlossen haben und einen nächsten Anker geholt haben, werden wir weiter Nebel Ashes looten und vielleicht sogar den letzten Anker uns holen. Das ist das Ziel. Der kriegt die volle Ladung jetzt hier reich durch. Da ist noch eine Erinnerung. Gehen wir dann in die Richtung? Das lassen wir erst mal. Das war schlau. Das haben wir gar nicht mal so gut gemacht. Ne, machen wir nicht rein, machen wir nicht rein. Das haben wir gar nicht mal so gut gemacht. Das war schlau. Ja, die waren da mal eine schnelle Nummer. Das war schlau. 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 Also schlau. Das war schlau. pump out in denめg fancy. Das war schlau. Geh mir! Not me! so geht es weiter nur schnell offloaden da ist da nichts aha, aha aha, jetzt machen wir mal weiter tausender ja 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 komm weg gut Oh, zieht's zur... oder zieht's zur Nebel ab. Sooo... Moment. Von hier sind wir doch gekommen, oder? Da müssen wir weiter. Oder? Ne. Oh ja, hier waren wir noch nicht. Doch, von hier sind wir gekommen. Oh, hässlich. Ne, von hier sind wir gekommen. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Obwohl, die sind ja eigentlich ehfach. Hey! Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Mann. Was ist denn los? Ah, hier. Das wollten wir noch holen. Warte mal kurz, jetzt guck ich mal ganz genau, ob es da wirklich was abzieht. Warten wir uns erstmal aufmachen, aber da zieht es ab, oder? Ja, da zieht es ab. Wir zwei sehen nicht gut aus. Ja, ich weiß. 4.000 ist halt ober. Das schalten wir nicht. Aber wir sind wieder zu Hause. Boah. Ist das hinten was? Ja. Wo müssen wir? Aber wir haben keinen Anker. Aber wir können auf jeden Fall erstmal ein Riss zumachen. Ja. Ist hier noch was? Das ist mir so gefährlich. Ja. 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 Oh, schön. Hä? Ja. 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 Bäm, 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 Bäm. Uh, sie ist aber stark. Die sind wichtig. Was? Nee, nee, das machen wir jetzt nicht. Oh, hier müssen wir uns dann in die Ecke stellen. Die sind ja ekelhaft. Ekelhaft. Wieder gerne einen Link von dir, Bruder. Bruder! Was ist los? Geht weiter durch! Was ist los? Nein, gar nicht. Ja, ich bin nicht. Da sind los. Ja, ich bin nicht. Mensch, mach doch mal die oberen Dinger hier. Lela, ich hab's dir gesagt, ja jetzt hast du's kapiert. Und hier ist doch nicht schlecht. Ach, ist der Weltenriss wieder? Ah, das ist doch ein Rötz. Ah, das ist doch ein Reiß. Ah, das ist doch ein Rötz. Hä? Wie hat sie mich da jetzt getroffen? Nochmal. Jawohl. Was denn blöd? Bleib gleich hier und Dinger. Was? Wachs bitte! Hab ja Schnee. Wieso sterb ich da? Mit eh nem Move? Dann lass ich's. Dann steh ich mich bloß hier hin. Dann lass den den alles machen. Oh. Das war's für heute. Ich führ alles ab, das ist sinnlos, das ist sinnlos, das ist wirklich sinnlos. Nun, aber hä? Vielleicht doch bitte bewegen, wir müssen uns doch bitte bewegen wahrscheinlich. Das ist ja ganz schön, dass ich rumgeschwitze. Kommt mal gerade. Hä? Wo hat's mich denn jetzt abgezogen? Wo hat's mir denn jetzt abgezogen? Durch was? Was hat das da reiß? Wie schwer sind die da eigentlich? Das ist ja auch nicht. Das ist ja auch nicht. Mensch, piss dich! Oh, ist das dämlich! Du musst nie mehr das mit einem kackischen Rückzug! Denk mich wirklich, also ehrlich. Das sind jetzt sogar vier, hä? Der Junge, der braucht Hilfe! Der Junge! Der Junge! Lass mich nicht los! Ich hab hier Kabel, rein. Wir müssen eigentlich erstmal versuchen, alle Moves erstmal wegzumachen. Ohohohoi! Ohohohoi! Get und weg! Ohohohoi! Das hat kokken Assin. Ohoph! Ohhohohoi! Ohhohoi! Ohhohohoi! Ohhohoi! Ohohohoi! Aber eine war gut. Komm. Jawohl. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Was ist das? Komm her, Mann! Jetzt machst du hier wirklich... Komm jetzt her, jetzt, ey! Komm! Noch jemand? Das war's! Noch volle Energie? Sauber! Kahl ist Mann, der verflucht macht. Setzt eine Welle des verfluchten Lebens frei, die alle Gegner in der Nähe schwächt, indem sie... Okay. Okay. Nee. Hm. Nee, ist okay. Ist... Ist... Weltenstab? Ja, gut, okay. Gut. Ähm... Ja. Ja. Was soll ich sagen? Den zweiten Weltenriss haben wir... Erlegt. Zugemacht. Jetzt fehlt es noch ein Anker. Und... Ähm...